Komm mal zu der Antwort von Isa Froh, wo ist der Wasserfall, der am größten ist, der am höchsten ist. Da losen wir mal. A Venezuela, da das aus Südamerika, an den heißt Angel Falls, Angel, das ist Engel, auf Englisch, Falls, das ist Wasserfall, die ist an denen es 970 Meter heim ist. Wow, richtig flott. So, da weist man auf der Erde, wo Venezuela ist. Nein, er liegt mit den Kontinenten, der kommt noch nicht. Auf allen Fällen da ist Nordamerika, da ist Südamerika, an Eis in all die Länder wie Ecuador, an richtig, richtig flott Länder, Peru, an so weiter. An, ähm, was steht danach da? Ah, der Wasserfall, den er benannt hat, nur an dem Jimmy Angel, pardon, Jimmy Angel, also, an dem er den ersten, den über den Wasserfall geflogen hat. Und dafür heisst die Wasserfall, an Venezuela, heisst den Angel Falls, heisst den Wasserfall von den Englern. Da weiss ich das auch. Englisch interessant, froh. So, da gucken wir mal, weiter. Haha, wo gehen wir da hin? Wo gehen wir da hin? Oh, ich habe erst mal neischt abgemacht, dann, äh, hopp. Viel, viel, verschieden, wow, viel, viel, verschieden Sprachen gezwert. Oho, ich habe es immer schon. Ciao, Italienisch. Bonjour. Ob Französisch. Aber was jetzt, das klingt, ich habe es jetzt. Hei, hei gehen an ganz vielen Ländern gesucht, ne, da das, ähm, englisch, amerikanisch wird für meinen auch. Ma ja, viel, viel, verschieden, äh, Sprachen gehen, ab eurer Welt geschwert. Ganz, ganz interessant, ganz interessant, froh. Ma dann, kri da, den fahrt geschwün. Tschüss. Tschüss.